Einfach wieder ein wilder Spot hier. Einfach wieder ein absolut wilder Spot am Volcho. Schön hier mit dem kleinen Equipment und mit dem Teigköder. Und was soll ich sagen, er lüppt und er bimmelt. Ständig, kontinuierlich. Raus mit dem Brocken. Alter, ich bin hier schon wieder übelst im Drill. Auf anscheinend viel zu feinem Setup. Aber was soll man machen, wenn man die Brocken raushaben will? Da muss man doch mal ein bisschen kämpfen hier. Alter, ein feller Arland. Der nächste. 1,3 Kilo Arland. Hammerhart, ey. Ich bin gerade echt überrascht, wie gut das hier läuft. Klassischer Spot hier. 71,100. Und ja, einer dieser klassischen Spots, die eigentlich schon seit Jahren immer wieder funktionieren. Und man verschiedenste Brocken hier rausziehen kann. Allerdings in der Regel halt so auf fleischige Köder. Das heißt auf irgendwelche Maden, auf Kaster und weiß der Geier was. Ja, und heute habe ich mich mal hingestellt hier, schön entspannt, mit einem Süßteig. Süßteig. Zähnehaken. Wir gehen da gleich nochmal im Detail aufs Set ein. Und raus damit. Und leckofunny, Alter, es rennt hier. Abgefahren. So, und wenn ihr denkt, Alter, was sind das für komische Fische? Rotauge? Dein Ernst, Alten? Ja, auch Rotaugen. Damit kann man Kohle machen, wenn sie groß genug sind. Heißt also, wenn man da ein paar schöne Brocken dabei hat und eine hohe Frequenz. Und das hier ist Frequenzangeln. Hier kommt man, zack, gar nicht richtig zum Durchatmen. Aber so soll das eben auch sein. Dann lohnen sich eben auch die Rotaugen. Zack. Und bisher bin ich hier komplett ohne Futtermische. Komplett ohne Futtermische. Nichts reingeschmissen. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht ein bisschen spezieller mal anfüttern soll, um hier so eine Auswahl vielleicht so ein bisschen zu treffen. A-Land wäre halt durchaus eine Möglichkeit. Rotauge könnte man natürlich auch machen, um vielleicht das Gewicht nochmal zu erhöhen. Andere Möglichkeit wäre sowas wie Güster. Auch durchaus eine Option. Alter, jetzt das erste Mal wieder Pause hier. Krass. Krass. Gucken wir mal eben in den Kescher rein. Ah. Ganz, ganz, ganz wild. Ganz, ganz, ganz wild. Die paar Minuten, die ich jetzt hier schon stehe. Ähm, zwischendurch war ich mal kurz weg vom Rechner. Zehn Minuten. Aber man kann sagen, hier in den, ja, rund 20 Minuten jetzt hier ordentlich rausgezogen. Im Minutentakt ballern hier die Viecher rein. Das ist halt immer wichtig. Ähm, es waren ein paar schöne Güster dabei bisher. Das ist natürlich schon mal richtig gut. Wenn man hier ein paar fette Güster zieht, lohnt sich das auch. Ähm, natürlich auch gewichtsmäßig, ähm, hier die dicken A-Lande. Auch das ist geil. Allerdings, dafür ist das Set, was ich gerade verwende, eigentlich zu klein. Da war ich jetzt zweimal schon ordentlich in einem Drill. Ähm, da müsste man natürlich schwerer dran. Aber eben auch die Rotaugen mit, ähm, gerade hier die 400 Gramm Plus. Das lohnt sich. Natürlich auch ein bisschen was Kleines dabei. Aber wenn da bei den Kleinen dann eben auch die Güster dabei sind, ist das auch nicht verkehrt. Also, weiter geht's. Ja, und jetzt natürlich die große Frage, baller ich was rein oder nicht? Ich bin hier auf, äh, 25 Meter geklippt. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Futterkorb verwenden würde, ich habe einen mit, mit 20 Gramm, glaube ich, käme ich mit meinen Routen nicht mehr so weit raus. Also, ich komme gerade, gerade hier mit einem kleinen 40 Gramm Blei, komme ich jetzt gerade eben so weit raus. Also, auf 25 Meter ziemlich genau. Vielleicht auf 27 Meter würde ich kommen. Ähm, bin allerdings auch da jetzt ja geklippt auf 25. Einfach mal, damit wir da eine konstant gleiche Weite haben. Ja, ähm, es ist dunkel oder es wird dunkel. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich nehme den kleinen 20 Gramm Korb und nehme die Güster, wegen der Nacht. Güster-Futter-Mische. Ähm, da haben wir noch 20 Portionen. Hier haben wir noch 30 Portionen drin. Das sollte doch reichen. Wir lassen den Süßteig und ich werfe einfach mal raus. Mal gucken, wie weit wir kommen. Doch, da kommen wir auch noch in den Clip rein. Das ist doch gut. Das heißt also, mit dem kleinen 20 Gramm Korb, mit Futtermische drin, komme ich auch noch die 25 Meter weit. Das ist gut. Das heißt, ich ziehe hier weiter raus. Und, ähm, ja, wehrt sich auch ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Auch schon wieder Arland, ey. Also wenn das mit der Güster nicht funktioniert, ne, dann, äh, safe nochmal testen. Safe nochmal testen. Einmal ausloggen, wieder einloggen. Und, ähm, nochmal mit Arland-Mische probieren. Güster. Aber dann, äh, dickeres Setup. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal aufs Setup ein. Ja, also kommen wir raus auf die 25 Meter. Warten wir den nochmal eben ab. Und dann bin ich gespannt, ob das oder welche Auswirkung das hat. Auswirkungen wird es haben. Aber die Frage ist natürlich immer, was bewirkt das? Verscheuche ich jetzt die ein oder anderen Fische? Äh, fokussiert es sich ein bisschen mehr jetzt auf die Güster? Es braucht natürlich auch noch ein bisschen, bis die Futtermische da jetzt, äh, wirklich wirkt. Vielleicht ballere ich jetzt gleich hier mit der, gleich mit der letzten Route. Einfach nochmal drei, viermal rein. Also auch hier nochmal eben umbauen. Die beiden anderen Routen bimmeln schon. Deswegen hier ein bisschen sputen. Nichtsdestotrotz ballere ich hier mal eben auf 25 Meter. Zack. Ich ballere noch dreimal rein. Dann haben wir insgesamt fünf Futtermischen schon mal am Spot. Und die beiden anderen fünf, sechs, sieben. Ja, ich sag mal, von der Frequenz her wird man hier schnell den Spot mit Futtermische aktiviert haben. Immer dran denken, zehn Futtermischen reinballern. Dann ist der Spot erstmal maximal befüttert. So. Komm, einen machen wir noch und dann lassen wir den jetzt drin. Und dann kümmern wir uns erstmal hier um die beiden Routen, die hier schon wieder eskalieren. Und zack, auf 25 Meter. So. Okay. Ja, ich bin gespannt, was geht. Ich meine, Güster mag es halt auch gerne abends, nachts und in den Morgenstunden. Da haben wir sie, die kleine Güster. Da sollen natürlich ein paar dickere reingehen. Aber immerhin haben wir schon mal ein paar kleinere da. Zack, da haben wir die nächste. So. Und die Frage immer. Ah, noch die Rotaugen dabei. Aber das war auch gerade die erste Rote mit der ersten Futtermische. Wie gesagt, man kann es auch tatsächlich mit Rotaugenmischer einfach probieren. Das heißt, wenn ihr jetzt hier gerade angekommen seid, am Volchow gerade angekommen, zack, das kleine Routensetup schnappen. Beim letzten Video stand ich ja hier an der Ecke. Vielleicht einfach mal in die andere Richtung, über die Brücke rüber. 25 Meter, klassische Stelle. Eine der ultimativen klassischen Stellen im Game. Funktioniert seit Jahren immer wieder mit verschiedensten Fischen. verschiedensten Ködern. Damals auch immer mal mit Maisbrei. Mistwurm hat funktioniert. Wie gesagt, die ganzen Kaster, Maden. Immer mal wieder testen. Oder auch Alge für die Zettfische, Zope, Zobel. Einfach mal reinballern. Ja, jetzt wie gesagt hier mit dem Süßteig. Gehen wir mal im Detail drauf ein. Wie gesagt, man kann natürlich mit einem leichteren Setup rangehen hier. So was wie ein 5-6 Kilo Setup würde absolut reichen. So was wie ein Starter Set zum Beispiel. Das Starter Set für 149 Silber kommt hier auch richtig gut. Ich habe hier auch nur 5 Kilo Hauptschnur. Eine ganz profane drauf. Jetzt halt gerade gewechselt auf den Futterkorb. Normales Standardvorfach gekauft. Die Feinserie, also die etwas bessere Qualität an Vorfächern. 3,2 Kilo. Also wirklich eher zart erklärt, warum so ein 1,6 Kilo Aarland erstmal schön abhauen kann. Dem kann ich kaum irgendwie entgegenbremsen. Der haut dann halt gerne ab. Wenn man jetzt speziell auf ein Aarland gehen würde, ich glaube ich würde mit 4,4 bis 5 Kilo als Vorfach würde ich da rangehen. Speziell mit Aarlandsmischer und so. Ja, macht glaube ich mehr Sinn, dass man da nicht so hart... Ha, da ist sie, die nächste Güster. Die wollen wir, die schönen Großen hier. Also für ein Aarland speziell halt ein bisschen dicker rangehen. Für die Güster, ich glaube noch feiner würde ich halt nicht rangehen, weil es eben so viel Beifangen auch noch gibt hier. Auch ein Rotauge mit über 1 Kilo zieht auch ordentlich ab. Die nächste Güster. Okay, also. So, es scheint tatsächlich mit der Güstermische so langsam ein bisschen spezieller zu werden. Sehr gut. Liegt aber auch, wie gesagt, durchaus an der Nacht. Und jetzt gleich mal gucken, wenn da hinten so, wo jetzt gerade der Mond rein scheint, wenn da der Bereich gleich richtig schön eingeseucht ist mit der ganzen Futtermische. Das fliegt ja mal ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Immer halt so dieser Radius von zweieinhalb Metern. Das breitet sich da halt jetzt gleich alles aus. Und dann gleich mal schön gucken, ob da nicht auch ein bisschen mehr Frequenz reingeht. Im Großen und Ganzen bin ich allerdings schon zufrieden. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, auch hier nochmal eben nach Gewicht sortieren. Eins, zwei und das war's. Zwei unmaßige Fische. Der Rest komplett maßige Fische. Sensationell. Das ist richtig gut. Da kann man einfach mal durchziehen und den Kescher voll machen. Ihr seht, also von der Zeit her, easy peasy. Ich denke, in der Stunde sollte der Kescher locker voll sein. Wenn nicht sogar schon eher. Auch da wieder ein bisschen Rotauge. So, und gib ihm. Ja, so soll das gehen. Ich werde es halt noch ein bisschen weiter ausprobieren. Ich würde sagen, wir gucken mal eben kurz in den Kescher rein, was das so bringt an Kohle. So, angekommen hier direkt zum Fischmarkt und wir gucken mal eben sortiert nach Preis. Klar ballert der Arland preislich mit am meisten rein. Und wenn man überlegt, das sind immer noch kleine Arlande, da gehen noch ein paar Kilo drauf auf Rippen. Wäre Arland kohlemäßig natürlich richtig schön. Ja, ansonsten hier die Güster. Alle so um vier, drei, vier Silber. Und dann kommen hier die kleineren Rotaugen. Auch das, wie gesagt, das sind nur zwei, eins, zwei Silber. Aber die Masse macht es dann halt. Und wenn man überlegt jetzt hier in einer halben Stunde schon die 70 Silber zusammen, ist das schon mal ganz okay. Kann man damit ganz gut leben. Gerade natürlich noch mal schnell immer ins Café gucken. Gerade bei diesen kleinen Fischen geht da eben auch häufig was. Da haben wir es schon, die Güster. Das gebe ich allerdings gleich erst ab. Hier haben wir noch Brassen, könnte auch noch reingehen. Zerte, wie gesagt. Das ist ja aus dem letzten Video da der Spot. Gerne mit dem Wurm probieren. Allerdings sind wir hier ja dann auch schon bei der Trophy Zerte. Döbel könnten auch funktionieren. Auch an der Stelle mal testen. Dann allerdings eher mit Wurm und Co. Und wenn ihr in den Kaffeeaufträgen viele Muscheln zum Beispiel drin habt, dann natürlich auch probieren mit eher fleischigen Ködern auf Muscheln und ähnliches. So, ich spute mich schnell wieder zurück an den Spot, damit ich wieder was rausziehen kann. Petri ihr Lümmels, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.